Wir sind dazu berufen, sechs Tage die Woche wirklich zu arbeiten. Und ihr lieben Männer, das ist halt nicht nur die 40 Stunden auf der Arbeit. Wir haben auch noch Verpflichtungen zu Hause. Wir haben Verpflichtungen in der Gemeinde. Und dafür brauchen wir eine Arbeitsmoral, die uns erlaubt, mit Elan und Eifer zu arbeiten. Also Arbeit und Fleiß soll uns auszeichnen.